In Interiocut Powered by Vectorworks sind umfassende Hettich-Beschlagsdatenbanken integriert. Ein gutes Beispiel dafür ist dieser Waschtisch-Unterschrank, der uns Holzschubkästen zeigt. Interiocut enthält sowohl Hettich Quadro als auch wie hier zu sehen Actro 5D-Führungssysteme. Darüber hinaus sind auch Systemschubkästen wie Hettich-Architech, Enotech-Attira und Avantech-U enthalten. Einschließlich passender Front- und Rückwandbefestigungen. Für das Avantech-U-System gibt es zudem praktisches Zubehör wie beispielsweise Akku-Packs für die Beleuchtung mit den passenden Designprofilen. Hettich-Bänder und Montageplatten stehen für alle Anschlagsituationen zur Verfügung. Dazu gehören natürlich auch Intermat und wie hier zu sehen Senses-Bänder. Ebenso bietet Interiocut das komplette Hettich-Pro-Decor-Griff-Sortiment an. Außerdem sind verschiedene Hettich-Klappensysteme vorhanden, wie Hochlift, Hochfalt, Hochschwenk und wie hier dargestellt Hochklappsysteme. Alle Klappensysteme kommen für unterschiedliche Klappengewichte. Die Interiocut-Beschlagsbibliothek umfasst ebenfalls Hettich-Verbinder wie zum Beispiel VB und Rastex. Alle Beschläge können individuell für jede Situation platziert werden. Das ist besonders wichtig für Sonderkonstruktionen. Für alltägliche Standardkonstruktionen können Sets gespeichert und später wiederverwendet werden. Falls nachträglich eine Türhöhe geändert wird, passt sich die Anzahl der bereits platzierten Bänder automatisch an. Beim Platzieren von Schubkästen werden immer nur die tatsächlich passenden Höhen und Längen vorgeschlagen. Auf Wunsch können auch nur die Artikel mit der maximal möglichen Länge angezeigt werden. Auch außerhalb des Korpusgenerators lassen sich Verbinder wie Dübel, Rastex oder wie hier zu sehen Klammex für freie Konstruktionen platzieren. Raster dienen als Platzierungshilfen und bestimmen die Anzahl und Verteilung der Beschläge. Selbst beschlagsfremde Objekte wie Kabeldurchlässe, Kochfelder, Spülen oder wie hier zu sehen Lüftungsgitter erzeugen beim Platzieren automatisch die nötigen CNC-Bearbeitungen. Da dies für alle Beschläge und Objekte gilt, werden auf der Maschine sofort alle erforderlichen Bohrungen, Nuten, Fälze usw. durchgeführt. Zuschnitt- und Stücklisten können an alle gängigen Plattenoptimierungs- und ERP-Systeme exportiert werden. Für die Kalkulation und Materialbestellung sind auch Preise und Artikelnummern hinterlegt. Die Hettich-Beschlagsbibliotheken können über einen Downloadmanager in InteriorCAD heruntergeladen werden. Änderungen am Produktsortiment werden durch regelmäßige Updates bereitgestellt.